...ein Baum hockte und war dann da so gefangen. Nach drei Minuten kamen dann die drei Vögel über mir. Waren dann da drei Vögel über mir, ne? Hat er mich eine Minute später gefunden, hab mich an den Haken gehängt, weil ich hing vorher noch nicht. Und dann hat der andere Überlebende, hockte dann da an der Luke wahrscheinlich und hat gewartet darauf, dass ich sterbe. Das gibt's doch nicht. Obwohl der Killer nicht mal gecampt hat. Es ist der Fallensteller, falls du's noch nicht weißt. Ja, ja, der war schon bei mir. Okay. Weil der ist gerade bei mir und guckt in die Schränke. Oh Gott! Und ich fand's megaartig, dass selbst der Killer gesehen hat, dass ich da feststecke, ne? Alter. Und hat mich...